Herzlich willkommen hier ist dieser Paul mit dem Thema LibreOffice Calc. Dateneingeben mit der Tastatur. In Calc können die meisten Dateneingaben über die Tastatur bewerkstelligt werden. Zahlen eingeben. Klicken Sie in eine Zelle, zum Beispiel B3, und geben Sie eine Zahl über die numerischen Tasten der Haupttastatur oder der numerischen Tastatur ein, zum Beispiel 1, 2, 3, 3. 4. Negative Zahlen werden entweder durch ein vorangehendes Minuszeichen, zum Beispiel minus 1, 2, 3, 4, oder durch ein Setzen runder Klammern um die Zahl gekennzeichnet, zum Beispiel Klammer auf, 1, 2, 3, 4, Klammer zu. Zahlen sind per Voreinstellung rechtsbündig und negative Zahlen werden mit einem vorangehenden Minuszeichen dargestellt. Wenn eine Zahl mit einer vorangehenden Null eingegeben wird, entfernt Calc die Null automatisch. Aus 0, 1, 2, 3, 4 wird also 1, 2, 3, 4. Um führende Nullen zu erhalten, muss die Anzahl der führenden Nullstellen unter Format Zellen, Zahlen festgelegt werden. Text eingeben, klicken Sie auf eine Zelle, zum Beispiel B9 und geben Sie Text ein. Einfach was eingeben. Test zum Beispiel. Text wird per Voreinstellung linksbündig angeordnet. Zahlen als Text eingeben. Zahlen können auch im Textformat eingegeben werden. Stellen Sie dazu der Zahl ein einfaches Anführungszeichen oben voran. Zum Beispiel Anführungszeichen 1, 2, 3, 4. Diese Eingabe wird von Calc nicht als Zahl, sondern als Text interpretiert und genauso angezeigt, wie sie eingegeben wurde. Auch in Formeln wird diese Eingabe nicht als Zahl interpretiert beziehungsweise der Wert der jeweiligen Zelle ist Null. Daher sollten Sie Zahlen im Textformat nicht zur Berechnung in Formeln verwenden. Wenn Sie typografische Anführungszeichen statt einem echten Anführungszeichen benutzen, bleibt das typografische Anführungszeichen sichtbar. Um ein echtes Anführungszeichen zu erhalten, stellen Sie dies unter Extras, Autokorrekturoptionen, Gebietsschema, abhängige Optionen ein. Ganz hier hinten. Hier finden Sie die entsprechenden Ersetzungsvorschriften für einfache und doppelte Anführungszeichen. Die Einstellung der Anführungszeichen betrifft sowohl Calc als auch Writer. Mit Zahlen, die als Text abgelegt werden, wird grundsätzlich nicht gerechnet. Das war User Powerful Open Screencast. Ciao und viel Glück. !